Markus, Badmene hat seine Hawken in mein Haus reingesteckt! Markus, das ist der Hawken von Badmene! Wohnt Badmene jetzt bei dir? Ich glaube schon, ich nehme jetzt Miete von ihm! Ich werde der Sache jedenfalls mal auf den Grund gehen! Markus, warte auf uns, das ist gefährlich! Da ist ein fliegendes Schiff! Wasch, Kim, du Idiot, es gibt doch keine fliegenden Schiffe! Ah, Fremobodol, guck da, das Schiff fliegt! Ich glaube, dieses Schiff ist verschimmelt, guck mal, das ist alles grün! Okay, wem gehört dieser Kahn? Wen gehört nochmal dieser Schiff? Ah, Frem, ich glaube, ich habe dieses Schiff schon mal gesehen! Gesehen? Wo? Jetzt weiß ich wieder, Frem, dieses Schiff gehört Monkey D. Rufe aus One Piece! Wer von euch ist hier so laut auf meinem Schiff? Das war Markus, er wollte sich mit dir schlagen! Na, 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 das will ich ganz und klar nicht! Markus hat gesagt, er will deine Mutter klar machen und dann deine Schwester! Und jetzt zu euch! Ah! Wir sind fast gestorben! Wollt ihr wieder entkommen? Ja, normal! Ihr gehört jetzt zu meiner Piratenbande! Oh, und was jetzt? Ich nehme an, sie wollen es mir zeigen! Was ist das, ein Zaubertrick? Bitte, nichts umbringen! Dann fangt an, hier zu putzen! Ah, Frem, guck mal, deine Bässe sind wie von Harry Potter! Und wie findest du mein Pliss? Nagamas, zeigt mir euren Kampfschrei! Na los! Whoa! Wa-pa! Tekkalali spiel, Tekkalali jan! Packt das Schiff nach hinten den Felsen ein! Alles klar, Kapitän Rufe! Heide, flimm zurück, noch ein bisschen, fast perfekt, heide aber back, heide zurück, bisschen. Kein Problem, Chef, das übernimmt Versicherung. Sprengt raus, wenn ich euch das Stichwort gebe, verstanden? Ich werde dich jetzt jede Nacht besuchen mit meiner Piratenbande. Chef, sollen wir jetzt rauskommen? Ah, weißt du was, fang nochmal an von vorne, heide. Mit meiner Piratenbande. Baschgim, ich hab eine Idee. Welche Idee, Afrim? Wir laufen einfach weg. Aber Tür ist abgeschlossen und Afrim, der einzige Ausgang ist durch Hasbullahs Trainingsraum. Okay, mach dich bereit, Baschgim. Lauf, Afrim, Hasbullah hat uns gleich. Lauf schneller, Hilfe. Lauf, Baschgim, lauf. Er hat uns was gekriegt, Afrim, das war knapp. Lauf, Afrim, lauf schnell. Gebt mir meine Adidas-Socke. Ihr gebt mir meine magische Adidas-Socke zurück und ihr kriegt dafür von mir drei Wünsche. Wow, drei Wünsche, Afrim, ich glaube, wir haben gewonnen, Lothar. Dann wünsche ich mir Messi Salvaner. Da bleiben euch dann nur noch zwei Wünsche, Afrim. Dann wünsche ich mir, dass Markus hier bei uns ist. Meine Güte, bin ich froh, dass das endlich vorbei ist. Oh, Markus, wie geht's, meine Freund? Und jetzt wünsche ich mir, dass Rufi ist eine Veganer. Wir sind gerettet. Yo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, nach langer Zeit noch wieder eine Spongebob-Parodie. Nichts vergessen zu loggen. Kommentieren. Und Freunde, teilt dieses Video, vielen Dank, aktiviert die Glocke und checkt unseren Merchandels ab, Freunde, mit diesem coole Hezbollah-Design. Checkt ab, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns am Mittwoch bei einem neuen Video. Ciao.